Oh! Muss genau im Zentrum stecken Wie will man das machen? Da ist wieder einer Warte Lass ihn zu mir kommen Hab ich ihn? Also wenn der jetzt nicht drin war Was? Immer noch nicht? Ey der war mega drin Muss man noch irgendwas machen? Okay, mein Shit ist over Oh, ich bin auch over Ja, ja, ja Wow, wow, wow Irgend so ein Saugerli So, was jetzt? Jetzt muss man den Stein drücken, ne? Ja, ja Ich glaube dafür will ich aber mein Schild nochmal so was reparieren Lass einen am Leben oder lass ein bisschen was am Leben Oder lauf jetzt schon mal zum Schild Boah, Alter Es ist so einfach wie aus diesem Wald wieder raus zu kommen Weil die halt echt Alter, diese blöden Vampire mit ihrer Vampirgrätze Ja Ich bin schon raus Alles rot Irgendwie kriegst du dann... Das ist so ein typisches wie so ein Thai-Tripper Ja Hier liegt ein Nuke rum Ne, brauchen wir nicht Und sei vorsichtig Tja Tja, diese thailändischen Vampire, Mann Taipire Taipire Ja, wer kennt sie nicht? Viele gute Männer haben die Taipire verloren damals Ich geh noch ein bisschen an die Kiste Oh, da ist ein roter, da ist ein roter Mach'n tot Rot nie gut Rot muss tot Boah, es sind noch zu Viele hier, oder? Kann das sein? Es sind noch viele hier, ja Lasst mich doch bitte einfach ganz kurz da an die... Ich werde noch einmal die Kiste in der Hoffnung, dass ich da noch irgendwas brauchbares jetzt rausfische Eigentlich könnte ich mir dann mal hier ein Gebräue holen Wo ist denn Odin eigentlich? Ähm... Mausoleum, oder? Oder näher an der Treppe, wenn man zum Wald geht Ich glaub da müsste er dann sein Das stimmt, da muss er ja dann sein Ja, da ist er auch So was passiert Ah, come on! Was denn? Was passiert? Schon wieder hier ein Schädel Wunde vorbei, oder? Ne, ach so Schädel, Schädel Sollen wir jetzt gleich einen Stein touchen? Ja, müssen wir Haben wir keine andere Wahl Je schneller, umso besser dann, ne? Jaja, klar Ich wollte nochmal tun, aber ich hab keine Ahnung, wo die Kiste ist Weil ich hätte halt ganz gerne hier diese kleinen Homemonkeys Die haben uns schon echt oft die Eier gerettet Ja, allerdings Das ist immer eine Galle verpacktes, ne? Das Ding ist, ich hab halt zwei Waffen, die ich brauche Und Also ich könnte den Fire Cell Ich hab den Fire Cell noch in der Tasche Einen, aber den brauch ich ja quasi nicht, weil, ne? Ja, klar Ich kann so schnell nicht durchswitchen Wobei doch Dann geh ich mir noch ein Dings holen eben schnell Mule, oder was? Jaja, dann geh ich mir jetzt ein Mule holen Ich mein, was soll's Ne? Ich weiß nicht mal, wo die Kiste ist Ich such sie gerade Hab ich Keine Ahnung, wo die rumsteht Bibliothek ist sie nicht Hier ist sie nicht Kann sie im Wald sein? Ist im Wald ein Kistenspot? Ich mein auch, ich werd den Odin gleich wieder verlieren, aber Warum? Weil ich down gehen werde wahrscheinlich Denk positiv Ja, im Wald ist die Kiste Tatsache, im Wald ist ein Kistenspot Was? Ja, Odin ist, ähm, da beim Wald, ne? Da ist der Odin Jaja, ich brauch aber jetzt gerade Zeus Yeah, ich geh einmal an die teure Kiste Vielleicht hab ich jetzt Glück und hab jetzt direkt einen Home Monkey Nee, ich hab ne Hades Ich hab ne Titan jetzt als Zweitwaffe mal hier Ohne Silver Bullets, aber Ja, soll ich nen Sail machen, oder? Ja, warte, warte, warte Auch wieder eine Schrottwaffe Ja, weiß nicht, ich würd dann lieber Wollen wir sailen? Ich mein, für den Homunculus Hast du nen Zombie bei dir? Nee, jetzt grad seh ich keinen Ja gut, dann mach sail an, ich hab hier Dann mach halt Let's do it Schuss verkauft Ich mein, was soll der Jals, ne? Was soll der Jals, ne? Was soll der Jals, Junge? Nee, ich komm hier nicht durch Nee, ich kann hier im Wald kannst du Truhen vergessen Das kann ich jetzt schon sagen Weite Sniper hintereinander, geil Ich hab nicht mal gucken können Ich hab nicht mal gucken können, was ich drin hatte Weil ich von Zombies gejagt werde Weil der Weg zu weit ist Nee, auch ne Sniper Hat sich null gelohnt für mich Ne, Titan hab ich am Ende jetzt Ja, dann müssen wir im Wald, ne? Der Teufel, der erinnert mich Oder? What, what, what? Ich steck fest Sorry, ich musste töten Ich hatte keine Chance Dann geh schon mal zum Stein Ja, ich bin beim Stein Mann, die haben mich voll Outplay haben die hier gerade gemacht Okay, ich drücke Renn Ich bin langsam Ich kann nix dafür Los Los Schnell, 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 schnell Alter, mein Schild ist schon fast wieder kaputt Ist mehr kaputt als ganz Gebt alles, Dämonen Ich bin heute Nicht down gehen, Alter High concentrated, please Oh, hier kommen viele von diesen Elementar-Dudlern, ne? Ja, die Dudler Ich erinnere mich Weil die Kristalle hier auch irgendwie dann so rumgeflogen sind, ne? Naja, die helfen uns aber angeblich Ich glaub, die machen die zu Elementaren Ich hab gehört, die sollen uns angeblich helfen, aber Kann auch ne Lüge sein Wenn sie uns einen Elementar-Wolf zaubern, dann helfen sie uns nicht Warum sollten die Ritter aber gegen uns sein? Ich mein, haben wir sie nicht erlöst von ihrem Leid? Ja, warte mal, cool Ritter Es sind keine Tiere gestattet Wer hat hier wieder seinen Wolf mitgebracht? Boah, mir sind eben gerade die ganzen Explodierenden um die Ohren geflogen Aber keinen einzigen Vampir bis jetzt Also irgendwie in der Runde, Vampire sind selten Irgendwie davor hat es sich so angefühlt, als würde das Spiel eigentlich nur aus Vampiren bestehen Wo ist denn der Wolf? Einen Wolf hab ich gerade erlegt Red Ball is in the game Ja doch, die töten wirklich, die töten wirklich Zombies, eben gerade hab ich's gesehen Boah, ich seh gar nichts, ich bin blind Oh, oh Okay, ist wieder gut Ich hab eben irgendwie in die Sonne geguckt, war nicht so ne geile Idee Haha Wer ist picket oft zu viel Wer Wolf ist am Start? Wo, wo, wo? Zwei Wölfe, direkt bei mir Ich geh drauf Dancing with the Wolves Du bist nicht Du bist ja nicht drauf Nein, nein, ich hab die Ich geh auf die Wölfe drauf Hab beide weggeflopft Oh, nice Da liegt deine Ecke und schmilzt irgendwie positiv Oh shit Oh, das ist Doppelwolf Ammo wär halt mega gut, ne Ja Meine ungepanschte Titan bringt hier grad mal einfach gar nichts Oh Vorsicht, Alter Achtung, Blitzdudler Was mit dem Wolf, der hat irgendwie Kinderlähmung Wegt sich nicht Oh, wir haben's geschafft Der hat, der stand da, der hat irgendwie Spontanen Anfall von Lähmung gehabt Oh, jetzt haben wir ja wieder Munition Ja, Wechselunterwäsche braucht man in solchen Situationen Muss man den Stein nochmal touchen Jaja Oh, raus aus dem Wald, raus aus dem Wald, oder? Ja, schnell, 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 schnell Hier kommen schon die Redis Reddudler bei mir Machen down, machen down Ich will nur noch hier raus aus dem Schuppen Aus dem Waberwald der Lüste Okay, das war eigentlich der hardest Step Jetzt müssen wir zum Friedhof runter gleich Und dein Grabstein finden Oh, hatte ich eben grade Grafikfehler Jaja, müssen wir Weil hier kommen Redis und alles Welle 16 Alter, dass wir aber jetzt schon den den, den, den Ritter Step haben, ne? Ja Bisschen stolzi Oh Alter Na so Die Gräber Da liegt nur ein Fire-Sail, der ist jetzt nicht wichtig Haha Ah, wie gesagt, ein Homunculus Ich würd'n nehmen Ja, aber hast du grad Zeit? Nein, weil hier grade ein Vampir mir so auf die Fresse gibt Ich find's immer wieder krass, wie ein Vampir dein Leben ruinieren kann, wenn du Pech hast Ja, ja, ja Kommt häufiger vor Das riecht als schlimmste meine Backenbärte in Flammen Scheiß die Wand an, das riecht als schlimmste meine Backenbärte in Flammen Haha, meine Backenbärte Ach, jetzt kommen sie mit dem Dreck, oder was? Jetzt gibt's nen Stuhlverkauf bis zum Gehtnichtmehr, oder wie? Hey, woher kommt der denn? Alter, das ist ja voll der Eisblister, den man hier hat Homunculus, ne Na, ich hab' ihn gesehen, aber er hat gesagt nein Wenn man seinen Grabstein gefunden hat, was muss man denn da machen? Ja, wenn der richtige Was ist denn der richtige? Was symbolisiert richtig? 1912, der das Todesjahr 1912 hat Also ich hab' nur Gays Meralda mit 1950 gefunden Ne, die ist ja eh nicht im Spiel Ja, ja Muss einer von uns beiden sein Sind die Steine random oder immer am selben Ort? Weiß gar nicht, das kann ich dir nicht sagen Ich komm' auch mal runter, oder? Ich hab' auch noch ein paar Zombies hier Hast du noch Zombies? Den Cowboy 1945? Ne Okay Ich bin 1918 gestorben Dann werden wir meinen finden müssen Ich hab' deinen gefunden, du bist 1912, ja Ja Drüben bei mir in der Ecke Weißt du wie man Geister begeistert? Ja Also ich muss ihn halt suchen, irgendwo im Haus, ne? Ja Komm hier zu mir Ja Ja, ja Okay Ich geh' ins Afterlife Ich sterbe also noch vor dem Jahrestreak So, und jetzt musst du da oben ne Red Kugel hinschießen, oder was? Oder ich? Ich kann die auch da hinschießen, warte Okay, warte, dann nehm' ich die Zombies nämlich mit Okay, hast du die? Ich hab' die, ich hab' zwei Ja, reicht ja Na komm' Roter Ball Wo ist der rote Ball? Es kommt kein roter Ball Der kommt jetzt nicht mehr Erstes Magazin leer geschossen, kein roter Ball Geil, Mann Oh, da ist er Hey Okay, ich wurde abgesaugt Oh, die Hände Ist geil, oder? Zirkusvolk, es will mich antatschen So, da bin ich wieder So, und jetzt Kann ich den Geist auch sehen, ne? Du kannst mich jetzt nicht sehen, nein Ich kann auch nicht den Geist sehen Ich war oben jetzt bei Danu Vielleicht ist er da, da hab ich ihn letztes Mal gehabt, bei Danu Na dann geh' mal da weg Ich bin jetzt unten und geh' Richtung Wald Weil ich will punchen Gehen wir mal hier reinschauen Puncho Libre Und? Ja Gut, dann Folge ihm Ich folge die Geiste Ich spanne schon die Waffe Und hab' Kryostase bekommen Schön Oh, ich glaub' ich schieb' die nochmal in den Backofen rein Hahaha Halt' lieber Geld für Silberkugeln noch Ja, muss ich auch noch Oh, Brandbombe Wo ist denn Ra gewesen? Alter, der war hinten in der Ecke, ne? Ja Weil den würde ich mir noch gerne holen, dann hab' ich nämlich auch Creek Reload Ich hab' all Perks Wo bist du jetzt mit der Tussi? Richtung Friedhof wieder nach? Ja, 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 ja Ich hab' auch nicht gehört Komm schon Ja so, da ich hab' ich geschwächt' Ich hab' auch dabei